Das hier ist ein Fachwettbewerb, der aus einer bestimmten Disziplin Spitzenleistungen sichtbar machen soll. Sie alle, die hier eingereicht haben, gehören zur Spitze, zur Spitze in diesem Bereich. Sie sind quasi Mitglied in einem Nachwuchs-National-Team. Ja, das hat mir ein kleiner gewesen. Ich bin natürlich in Technik und Elektronik, in Layouting. Ich habe mich dann entschieden, in die Megatronik einzusteigen, also in den Maschinenbau hinüber zu wechseln und bin dann über die Roboter. Roboter Promotion in der Landtechnik gerannt. Also es ist ein breiter Spagat, der mich bis hin zur Landtechnik geführt hat und mit dieser soliden Grundausbildung in der HTE, ob ich es eigentlich reicht gehabt habe, in diesen unterschiedlichen Branchen zu stehen. HTE hat ja doch für mich etwas Besonderes. Die Theorie kombiniert wird mit der Praxis. Am Ende des Tages muss das Bauteil hergestellt werden, muss funktionieren und man muss auch ein gewisses Gefühl für dieses Material, für die Technologie haben. Und ich denke, da ist heute noch etwas Besonderes. Wie viele HTL-Absolventen beschäftigen sich in diesem Unternehmen? Wir haben in der Größenordnung in Graz irgendwo 4.000 Mitarbeiter, die tätig sind, global wie 10.000 Mitarbeiter. Aber es ist beobachtbar, dass die HTL-Absolventen auch mit ihrem Grundbackround, gerade auch mit der Konstruktionsausbildung, einfach bessere Voraussetzungen haben, dann auch in ihrem Studium und auch in einer Dissertation, weil sie einfach ein besseres Grundverständnis haben, wenn man das fünf Jahre lang lernt. Vielen Dank. Zuerst möchte ich mal sagen, damals nach der Ausbildung waren alle ehemaligen Kollegen, inklusive mir, in anderen Jobs vertreten. Wir haben sehr gute Jobangebote bekommen nach der HTL, also von daher war es für mich wegweisend, die HTL abzuschließen. Das zum einen. Zum zweiten wurde heute schon der Terminus geprägt, die Jugendnationalmannschaft sitzt hier. Also wenn ich hier die Konstruktionen mir ansehe und das mit meiner Maschinenbauausbildung vergleiche, dann war ich Kreisliga und hier sitzt die Champions League. Das muss man mal so sagen. Dankeschön. Es ist schon so, dass wir an den Schreibtischen nicht immer so schöne Momente erleben. Und das ist diese Form der Leistungsschau, die wir heute erleben dürfen, uns schon auch stolz macht. Und bestärkt in dem, was wir tun, in der beruflichen Erstausbildung für Jugendliche. Und ich bin als Nicht-Techniker, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, immer sehr, sehr beeindruckt. Auch von der Tiefe, nicht nur in der Konstruktion, sondern auch von diesem Übergang in die Fertigung. Und das hat jetzt nicht unbedingt mit diesem Konstruktionswettbewerb allein zu tun. Ich bin morgen bei Jugendinnovativ, da wird es wieder HTL-Preise rechnen. Weil einfach der Schultyp das gut kann, gut hergibt und wo die ganze Breite der Kreativität, nicht nur Maschinenbau, Elektrotechnik, sondern auch bis zu Young Entrepreneurs und so weiter Design, sozusagen sehr stark im HTL-Bereich angesiedelt ist. Das ist eine schöne Sache, die, würde ich sagen, wir sind mir sehr viel Freude bereitet auch immer. Die Rahmenbedingungen der HTL, die müssen wir wirklich lassen, die sind absolut in Ordnung. Im Detail müssen wir immer weitergehen und permanent natürlich durchaus weitere Überlegungen anstellen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass alle von Ihnen, auch die Schülerinnen und Schüler, die ganz hinten sitzen da, wissen, dass sie da mithelfen müssen und mit anpacken müssen, weil sonst käme sie nicht zu diesen tollen Leistungen.